Seid gegrüßt und herzlich willkommen hier auf dem Dornenreich, dem Wildnis-Abenteuer- und Begegnungsgrundstück. Hier rein spazieren. Ja, hier auf dem Dornenreich ist so einiges möglich. Unter anderem auch einfach ein bisschen sich zurückzuziehen und mal ein bisschen alleine zu sein hier oben. Für sich oder mit der Familie, Familienretreats, auch das ist hier möglich. Das heißt zum Beispiel, du bist einfach nur hier auf diesem Grundstück. Und wir könnten vorbereitende Gespräche führen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Retreats, die du hier machen kannst. Ganz so, wie du es möchtest. Ich kann dir aber auch gerne ein paar Impulse geben, wie du deine Versenkung so ein bisschen intensiver für dich gestalten kannst hier oben. Und wir dann einfach gemeinsam mal ein bisschen überlegen, was könnte die Zeit hier für dich bedeuten. Ein bis drei Tage, das ist so die Zeit, die ich dir vorschlage. Aber melde dich einfach und hab eine schöne Zeit hier auf diesem Gelände. Und dann müssen wir uns begründet чего. Și ich bitte bagun meg, bis zu drei Tage hier 104cm. Bis zu blah, bis drei, bis. Bis zu haut, bis drei rejection und anschli zu Clear. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.